Musik Wagenknecht, Die Linke, Nein zum ESM Euro-Rettungspolitik wird zum Aufstand gegen die Mitte Berlin. Rechte und Linke sind sich einig. Der im Mai diesen Jahres durch den Deutschen Bundestag zu verabschieden der ESM-Vertrag Europäischer Stabilitätsmechanismus stellt die vertraglich fundierte Entrechtung und Enteignung des deutschen Volkes dar. Nachdem nicht nur Volkswirtschaftsprofessoren, der Bund der Steuerzahler und eine Minderheit der FDP-Bundestagsabgeordneten sich gegen die derzeitige Euro-Rettungspolitik der Bundesregierung gestellt haben, zeigen nun auch die linken Flagge gegen eine zu errichtende Brüsseler Finanzdiktatur. In einer Antwort auf ein den Kompaktnachrichten zugespieltes Bürgerschreiben lässt die stellvertretende Parteivorsitzende der Linken, Sarah Wagenknecht, nun verlauten, ich kann Ihnen versichern, dass die Linken im Bundestag gegen den ESM stimmen wird. Wagenknecht hält die Euro-Rettungspolitik der Bundesrepublik für eine Umverteilungsstrategie zugunsten international agierender Banken, Konglomerate und zu Ungunsten der europäischen Steuerzahler in den jeweiligen Nationalstaaten. Durch den ESM werden den europäischen Steuerzahlern enorme Risiken aufgebürgt, während sich die Banken und Besitzer großer Vermögen Schritt für Schritt aus der Verantwortung ziehen. Wie dies geschieht, haben wir am Beispiel Griechenlands gesehen. Von den 78 Milliarden Euro, die bisher aus dem ersten Hilfspaket an Griechenland ausgezahlt worden sind, flossen seit April 2010 rund 75 Milliarden direkt in die Hände von Banken und anderer privater Gläubiger. Da die Kredite der EU an unsoziale Kürzungsprogramme geknüpft sind, musste die griechische Bevölkerung für ihre angebliche Rettung teuer bezahlen. Löhne, Renten und Sozialleistungen wurden brutal gekürzt. Hunderttausende Arbeitsplätze wurden und werden vernichtet. Durch die Kürzung ist die griechische Wirtschaft in den letzten zwei Jahren um über 11 Prozent geschrumpft. Gleichzeitig ist die Verschuldung des griechischen Staates um weitere 50 Milliarden Euro gestiegen. Unter den Rechten hat die Gegnerschaft zur Euro-Rettung bereits Konjunktur. Die NPD wirbt seit Monaten auf ihrer Website gegen den Euro, möchte sich als Anti-Europa-Partei verstanden wissen. Auch die rechte Bürgerbewegung Pro NRW aus Nordrhein-Westfalen hat sich die Euro-Gegnerschaft auf die Fahne geschrieben. Die Gruppierungen haben jedoch ein grundlegendes Defizit. Ihr Einfluss ist marginal. Aber auch unter den etablierten Parteien kann sich die gerechtfertigte Opposition zur Euro-Politik nicht durchsetzen. In der FDP scheiterte Frank Schäffler und Burkhard Hirsch mit einem Mitgliedsentscheid, der die Liberalen gegen den Euro-Rettungskurs in Stellung bringen sollte. Auch der langjährige ehemalige BDI-Präsident Hans-Olaf Henkel, der mit der Neugründung einer Anti-Europa-Partei Hoffnung weckte, hat dies verworfen und unterstützt nunmehr die freien Wähler. Ob dies jedoch erfolgsversprechend ist, kann derzeit nur gemutmaßt werden. Auch innerhalb der Initiative Linkstrend stoppen in der CDU befinden sich bekennende Euro-Kritiker. Aber auch sie können derzeit in der ehemaligen konservativen Partei kaum politische Erfolge verzeichnen. Erst vor kurzem haben die Linken angekündigt, gegen den Europäischen Fiskalpakt vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Mit der Thematisierung dieses eigentlich nationalen Themas sind die Linken derzeit, neben einigen wenigen FDP-Abgeordneten, die einzige parlamentarische Opposition gegen die Mitte-Regierung Angela Merkels. Selbst wenn die Erfolgsaussichten zum Stopp des ESM-Vertrages und der Umverteilungspolitik zu Ungunsten Deutschlands eher gering sind, so kann ein gemeinsamer Aufstand von Linken und Rechten gegen die Politik der Mitte nicht geleugnet werden. Vielen Dank.